Was muss ich tun? Frodo! Frodo, du darfst nicht aufgeben. Frodo! 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 So frisst sie am liebsten. Falsches Blut! In den Turm mit ihm! Frodo! 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 Wir wszyscy in den Und die Ich glaube nicht, dass Gandalf diesen Weg für uns geplant hatte. Es gibt vieles, was er nicht geplant hat, Sam. Doch es ist geschehen. Das ist ein Bruder! Erstmal suchen wir dir ein paar Kleider. Hier in dem Engel. Ein paar Tropfen sind noch drin. Ich kann ihn nicht für dich tragen. Aber ich kann dich tragen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist mir keine Hilfe mehr. Geh nach Hause. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, habe ich eine große Pause eingelegt. Unter anderem deswegen, weil mein Kanal wie Urheberrechtsverletzungen belastet ist und deshalb die Miesen aufpacken, die sperrt wurde. Was auch voll okay ist, YouTube. Aber bitte sperrt dieses Video nicht. Hier kommt ihr zum letzten Video und hier zum letzten Mesh-Up. Und zum Schluss sagt Cineas, keep on watching, geht ins Kino und wir sehen uns. Wenn der Schatten Mordor's die Stadt erreicht hat, wird es beginnen. Weiße Strände Und dahinter und dann Ja.